Ja, hallo, hier ist der Korrespondent von CRAB TV, live aus Argentinien. Wir wollten ein kleines Interview machen. Dir als originalen Eingeworenen hier. Was haltet ihr jetzt von den neuen Corona-Massnahmen? Dürft ihr euch vorstellen? Was meint ihr dazu, dass man jetzt einen Covid-Pass braucht, um an den Strand zu gehen? Ist das so schlimm? Aha, ok. Zimbala was, also wir wissen nicht wirklich, was gemeint ist. So, ja, das ist jetzt halt so. Und noch eine kleine persönliche Frage, sind ihr geimpft? Ok, ja. Aber solche Fragen darf man natürlich nicht stellen. Das ist ein Geheimnis. Ähm, darf ich sie? Geht sie wohl? So, äh, ich hätte fragen wollen. Was meint ihr zu den neuen, ähm, Corona-Massnahmen, dass man jetzt den Covid-Pass braucht, wenn man jetzt zum Beispiel einen Pass tragen möchte? Ja, also, ihr habt es gehört. Der Kommentar ist eigentlich ein Pfff. Was wollen wir machen? Obwohl, die Bevölkerung von Argentinien nimmt es einigermassen. Oder sind die irgendwie genervt oder irgendetwas in die Richtung? Ok. Also, es ist alles im grünen Bereich. Es wird zwar, um an den Strand zu gehen, nach der Covid-Pass verlangt, aber, ähm, es ist eigentlich Wurst. Also, für Crab TV, live aus Argentinien.